Ich schlafe überall, egal ob im Wald, am Fluss, auf Kuhweiden, auf Bänken, auf dem Berg, in Lost Places, in der Höhle, unterm Felsen, im Tiefschnee, unter Autobahnbrücken, unter Zugbrücken oder in Bushaltestellen. Wir haben hier eine Bushaltestelle gefunden. Wir haben uns überlegt, dass wir hier in dieser Bushaltestelle heute pennen werden. Aber bevor wir pennen gehen, werden wir erstmal Fressen machen. Tags am Bläsen kommen. Und jetzt abwarten, bis die Nudeln hier weich genug sind. So, Fressen ist fertig. So, ich habe aufgegessen, aber weil Nico auch noch mehr Hunger hat, genauso wie ich auch, machen wir noch mehr Spaghetti rein. Und Nico hat eine gesamte Tüte Spaghetti rein gepackt. Das sieht so voll aus. Das sieht voller aus als mein Kopf. Es macht Tollwut, das ist geil. Leute, das ganze Wasser von hier ist schon weggebrannt. Das heißt, wir können diese Spaghetti jetzt auf die Teller draufstellen. Fressen, Portion 2 ist fertig. Schmeckt scheiße. Die Nudeln sind viel zu weich gekocht und diese Möchtegern-Vegane-Bolognese-Sauce ist, nee. Schmeckt scheiße. Ich habe schon bessere vegetarische Bolognese gegessen. Guck mal, hier. Hier, eine Vollfettspinne. Die ist richtig geil. Sie kann sogar beißen. Ich glaube, mich wird sie am ehesten, äh... Ja, 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 die ist weggelaufen. Gute Nacht, bis morgen.